Urban Gaming ist eine neue Form, die auf der ganzen Welt Furore macht und nun zum ersten Mal in die Schweiz kommt. Im Zusammenhang mit dem Release des Urban Games World of Heroes, das im Oktober 2013 auf den Markt kommt und das mit neuster Augmented Reality-Technik arbeitet, werden die prämierten Songs mit einer eigens entwickelten GPS-App an passende Orte gelegt, als abrufbare Content in der digitalen Wolke. Die Songs werden Teil dieses innovativen Urban Games voller Rätsel, Helden und magischer Erscheinungen. Die Erfahrungen, die die User bei diesem Game machen, werden auch im Internet erfahrbar sein. Werde also Teil einer magischen Parallelwelt im Stadtraum, einer Welt voller Rätsel, Gefahren, Freundschaft und Abenteuer, einer Welt von Helden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017